Jede Menge Tore also und die Prognose sagt, es könnten über 1000 werden, wenn man das hochrechnet. Vorm Herbst herzlich willkommen, Raphael Koch, Direktor des Oberösterreichischen Fußballverbandes. Servus Wolfgang, danke für die Einladung. Raphael, ganz ehrlich, wenn so viele Tore fallen, dann freut es einem, wenn es 4-3 oder 5-4 ausgeht, aber 0-12, 0-11, das schadet er den Fußball, oder? Prinzipiell sind viele Tore natürlich eigentlich spannend und gut, wenn sie halt nur wenige Vereine kassieren, dann schwenkt das in die andere Richtung um und ist natürlich nicht besonders förderlich, aber spiegelt halt nochmal die Leistungen wieder und dementsprechend ist das so. Jetzt sind mit Christkirchen und St. Florian zwei Mannschaften abgestiegen, die es nicht hätte erwischen müssen, wenn nicht zwei von der Regionalliga heruntergekommen wären und niemand aufsteigt. Ein Szenario, dem will man jetzt einen Riegel vorschieben, man hat gewisse Bestimmungen verändert, vielleicht könnte man die an der Stelle mal genau erläutern und wann es losgeht. Ja genau, also wir haben mit Beginn der nächsten Saison die Infrastrukturbestimmungen angepasst und zwar jene der LT1 Oberösterreichliga mit jenen der Regionalliga gleichgesetzt und mit dem Ziel eben, dass man das verhindert, dass die Infrastruktur sozusagen als Schlupfloch dafür herangezogen wird, um nicht mehr aufsteigen zu müssen. Manchmal ist es vielleicht gar kein Schlupfloch, sondern es darf jemand zum Beispiel keine bauliche Tätigkeit ausüben, weil Wasserschutzgebiet oder aus welchen Gründen auch immer. Was machen die Vereine? Das stimmt schon, also wir haben uns das jetzt vorweg schon mal angeschaut und mit den Vereinen gesprochen. Es sieht nicht so aus, als ob es da große Probleme gibt. Die Bestimmungen sind nicht so streng. Wir haben den Vereinen aber auch angeboten, Hilfestellung zu leisten, weil wir wollen natürlich nicht, dass wir die Vereine damit aus der Liga drängen, sondern wir wollen eigentlich nur dem einen Riegel vorschieben, dass unter dem Vorwand nicht mehr aufgestiegen wird. Manche Kritiker sagen, man könnte jetzt das Problem eine Liga tiefer verlagern in die Landesliga, dass dann eben keiner mehr aufsteigen kann oder will oder darf? Das glaube ich nicht. Nochmal die Bestimmungen, die sind meiner Ansicht nach nicht so streng, dass sie nicht erfüllbar werden und das Problem oder ein Teil des Problems ist ja auch, dass wir eine sehr starke L1-Oberösterreich-Liga geschaffen haben, die sportlich und auch vom Zuschauerinteresse sehr attraktiv ist und da will jeder spielen. Also denke ich nicht, dass das Problem dadurch verschoben wird. Na, wenn denn alle spielen wollen, dann ist es ja umso verständlicher, dass sie nicht aufsteigen wollen in die Regionalliga und genau da liegt scheinbar das Problem, dass diese Liga zu wenig attraktiv ist, sprich die Regionalliga-Miete, darum will man nicht rauf. Da gab es immer wieder mal Bestrebungen, möglicherweise eine Liga-Reform durchzuführen. Ich kann mich erinnern, da waren einmal Holländer da, da hat es Workshops gegeben herausgekommen, ist genau gar nichts. Es wird einfach so weiter gemacht. Aber ist da was im Gange? Ja, wir haben das Problem natürlich schon auch erkannt und es wird nicht reichen, nur bei uns im eigenen Haus anzufangen und Bestimmungen anzupassen, sondern wir haben jetzt auch einen Antrag, an den ÖFB gestellt, dass die Struktur der Regionalliga evaluiert werden soll und es da etwaige Änderungen gibt. Dazu brauchen wir aber halt auch die anderen Verbände und den ÖFB, weil der oberösterreichische Verband alleine kann diese Strukturänderung nicht herbeiführen. Was soll der ÖFB tun? Wird der nicht eher sagen, macht sich das miteinander aus? Das war leider bis jetzt das Echo. Unser Präsident hat schon versucht, auch mit den anderen Präsidenten Kontakt aufzunehmen, auch beim ÖFB das Thema schon deponiert und da war das Echo leider nicht besonders stark und dementsprechend haben wir den Antrag jetzt eingebracht, um die Diskussion voranzutreiben. Wenn der Antrag da ist, dann muss darüber gesprochen werden. Ein bisschen widersinnig ist es schon, die wollen, also die Steirer vor allem natürlich auch und womöglich auch die Kärntner wollen, dass Oberösterreich da mitmischt in der Regionalliga Mitte wollen aber nicht drüber reden. Das ist eine schwierige Basis. Ja, stimmt. Die Steirer haben halt aktuell viele Vereine in der Regionalliga Mitte und sind dementsprechend natürlich zufrieden, das muss man auch verstehen. Ja, aber die könnten ja noch mehr haben, wenn die Oberösterreicher nicht mehr dort sind. Wenn jetzt Steiermark-Kärnten ist und Oberösterreich würde mit Salzburg zusammengehen, dann könnten die auch mit zehn Vereinen in der Liga spielen. Das stimmt, aber am Anfang wird wahrscheinlich eine Regionalliga mal zu gleichen Teilen aufgeteilt, gehe ich davon aus, wenn es zu einer Struktur kommt und dann kann natürlich passieren, dass sich Auf- und Abstiege verändern, so wie sie es aktuell nicht wollen. Deswegen verstehe ich die Skepsis schon. Es hilft aber trotzdem nichts, weil es gibt auch aus Kärnten beispielsweise oft keinen Aufsteiger und daher ist das definitiv ein Thema, über das man sprechen muss. Ist es nicht auch so, dass die zweite Bundesliga auch nicht attraktiv genug ist? Es gibt ja Leute, die sagen oberste Bundesliga fesch, dann kommen zwei Ligen, da ist man besser nicht und dann in der L1-Oberösterreich-Liga geht es wieder von vorne los. Ist natürlich auch nicht in allen anderen Bundesländern so, aber zumindest aus oberösterreichischer Sicht stellt sich das sehr häufig so dar. Ja, wir haben einfach aktuell viele Vereine, die sich in der L1-Oberösterreich-Liga definitiv wohlfühlen. Man darf aber schon auch nicht vergessen, dass wir jetzt schon in der Regionalliga auch Vereine haben, die hinauf wollen und man muss schon vorsichtig sein als oberösterreich und beispielsweise ein Verzicht auf die Regionalliga. Das wäre auch gleichzeitig ein Verzicht auf den Aufstiegsplatz in die zweite Liga und dementsprechend würde ich es nicht für klug halten an der Teilnahme zu rütteln, sondern eben versuchen die Strukturen zu ändern. Viel Glück dabei und alles Gute. Wir werden heute noch hier in diesem Studio eine Cup-Auslosung durchführen, schauen aber zunächst auf das Vorjahr. Da hat sich nämlich die Union St. Martin zum Landescup-Sieger im Trans-Tanubia-Landescup gegründet. Es war am 26. Mai beim Finale gegen die Askeöd. 6 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 Vielen Dank.